Verkehrsunfall mit Personenschaden. Am Mittwochabend ist es auf der Kreisstraße zwischen Schönburg und der B12 zu einem Verkehrsunfall gekommen. Eine 71-jährige Frau fuhr mit ihrem Pkw auf der Kreisstraße von Schönburg Richtung B12 und übersah dabei den Kleinbus eines 67-Jährigen. So kam es zur Kollision im Kreuzungsbereich. Beide Unfallbeteiligten wurden dabei leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 23.000 Euro. Die B12 musste für etwa eine halbe Stunde in beide Richtungen gesperrt werden. Untertitelung des ZDF für funk, 2017